so leute guten tag erstmal unter beziehungsweise erst mal guten morgen man sieht schon die überlaube auf der straße letztes mal ruhig gefahren bin war noch gar nichts auf der straße was haben wir denn heute hier in dem komischen video wieder wir sind heute unterwegs nach düsseldorf harley davidson düsseldorf hat open house und ich treffe mich jetzt eine fähre mit dem kollegen da fahren wir zusammen richtung jürgen nach polo und da ist ein treffpunkt mit einigen motorradfahrern ich denke mal auch vorzugsweise harley fahrern und von daraus fahren wir dann gemeinsam nach düsseldorf so auf die reise nämlich heute mal mit gespannt hier wird heute so wird ich hoffe das wetter hält auch durch ich habe jetzt auch mal keine winterjacke hier aber eine bomberjacke ausgepackt und da gucken ob der kollege schon da ist viertel vor zehn glaube ich hatten wir ausgemacht bin noch gar nicht erst aufgestanden habe gestern nacht noch bis halb vier gestreamt auf twitch gta rp ja dementsprechend bin ich auch ziemlich matsche noch am ganzen körper aber naja was soll es ich warte dann mal hier straßen sind auf jeden fall noch nass hat es noch gerechnet ich habe keine ahnung weiß ich nicht egal leute sobald wir dann gleich fahren oder kurz bevor wir bei polo eintreffen schalte ich die kamera wieder ein ich habe den kollegen jetzt dabei dass der kollege mit dem ich auch mich getroffen habe bei thunderbike open house und auch bei beiden meiner ride outs dabei war erfreut mich dass wir jetzt wieder zusammen fahren können bin mal gespannt wie die rückfahrt diesmal ausfällt am letzten fall war das da irgendwie oh auf einmal feier weg wenn scheiße läuft läuft scheiße ja und hoffentlich bleiben wir trocken heute aber wetter prognose sieht eigentlich ganz gut aus man sieht ja richtig schön herzliches wetter straßen sind noch ein bisschen feucht von der nacht aber die bäume geben richtig schöne farbe ab da muss ich mal gucken dass ich auch mal jetzt schleunigst ein paar schöne fotos bekomme mit der harley irgendwie auch dann unter so ein paar laub bäumchen oder so ja wir sind jetzt unterwegs wir haben uns entschieden wir fahren hin autobahn sind doch relativ spät sage ich jetzt mal los für land abgewürgt für landstraße reicht die zeit jetzt wohl nicht muss aber auch nicht so schlimm sag mal ist jetzt ja auch nicht weit dann ist man von hier aus einer halben stunde ein neues ja sagen wir mal 35 minuten oder was und dann hast du ja da noch ein stückchen was ist das die 46 glaube ich die man hoch nach hüchen muss wenn es die 46 ist ich weiß ich jetzt gar nicht mehr auf jeden fall die autobahn da und dann sind wir auch schnell am treffpunkt vielleicht haben wir noch zeit man kann sich mal schnell eine cola ziehen oder so ah wenn nicht ist auch nicht so schlimm ich denke mal wir fahren direkt zügig los wenn die ganzen leute da sind äh ich denke mal da trifft man auch ein paar altbekannte ich habe schon gesehen irgendwie kana streetglide ist da dann bulletproof ist da und einige die ich auch schon gesehen habe von instagram irgendwie auch ein bisschen bekannter sind also eine kleine heiße seite treffen du siehst gut aus heute schon gekotzt bin mal gespannt wer noch so kommt übrigens ich habe meine z verkauft bekommen vor einer woche ist ungefähr wird sich einer gemeldet hat die für seine frau gekauft die macht jetzt auch führerschein er hat ordnet 1000 quasi das gleiche modell was ich habe nur als tausender und ja ist dann vorbeigekommen probefahrt gemacht und so war auch eigentlich begeistert also ist er ja sonst hätte er sie ja nicht gekauft ja da muss ich schon sagen als dann nachher der vertrag unterschrieben hat der anzahl gemacht noch steht sie bei mir aber gute anzahlung gemacht da kommst du ich denke mal standpunkt jetzt noch in der woche dann abholen gehe ich mal davon aus oder am laufe der nächsten woche und da muss ich schon sagen da hatte ich so einen kleinen wermutstropfen so dass jetzt endgültig ist dass die wilmer geht ich hatte ja eigentlich noch vor mit ihr einmal zu fahren eine kleine abschiedstour zu machen und irgendwie hat das bei mir aber zeit technisch überhaupt nicht hingehauen und weiß auch nicht komme ich bin jetzt auch schon gut ihr habt jetzt letzte woche kein video gehabt also gestern kam das ja mit den anderen straße festkleben und der ganze quatsch und davor die woche habe da ja schon kein video von mir gesehen weil ich einfach nichts mehr hatte und ich hatte auch keine zeit irgendwas zu machen irgendwie ja so ist hat manchmal jetzt sind ja auch ein bisschen kühlere tage und wenn es dann auch regnet und weiter ich habe auch genug garage videos alles das alles gut also über winter kommt natürlich auch da kommen videos ja keine frage also ihr werdet mich nicht los kann aber halt nur sein dass dann schon mal eine woche vielleicht einmal kein video kommt dass dann mal alle zwei wochen vielleicht ein video kommt oder so aber das kennt ihr ja wahrscheinlich von den letzten zwei jahren schon von mir und wenn ich dann guten tag habe so wie heute vielleicht heute zwei videos dann habe ich schon direkt wieder zwei im petto dieses und vielleicht dann nächstes mal sehen wie ich da drauf bin und wie viel akkuleistung ich dann am ende noch habe wo ich hab zwar powerbank alles mitgenommen bin eigentlich für alle eventualitäten ausgerüstet nächste woche also heute ist der 22 10 nächste woche ist ja mein ride out dann kommt ja auch schon wieder neues video und vielleicht sogar auch wieder zwei und ich freue mich auf jeden fall einige gesichter wieder zu sehen ich hoffe vielleicht auch neue gesichter aber egal welche gesichter ich sehen werde und egal wer kommt ich freue mich einfach darüber und ich weiß jetzt schon dass mein guter kumpel der christian aus richtung leipzig wieder kommen wird also ich weiß gar nicht womit ich sowas verdient habe dann kommt zu 90 prozent scheiße jetzt fällt mir der namen nicht ein weg mich im arsch fährt auch eine blaue software springer her mit eine soft springer kommt er auch richtung ich würde jetzt sagen richtung bremen oben weiter hoch also weiter im norden so sind jetzt hier auf der abfahrt in jürchen fangen wir jetzt mal runter ich bin mal gespannt ich weiß gar nicht genau wie spät wir jetzt haben es ist ungefähr viertel vor zehn losgefahren man brauchst du 40 minuten bis neues von neues bis hier sind auch noch mal 12 13 kilometer also ich würde jetzt sagen fast eine stunde weil wir bestimmt gebraucht haben hierhin 50 55 minuten also könnte ja schon sein dass welche da sind ich habe auch keine ahnung wer da jetzt auf uns wartet also doch schon keiner ist da das weiß ich und so der ein oder andere den ich auch von instagram kennen aber mal gespannt jetzt fahrt verlieb ruhig einmal musste ich anhalten oder mussten wir anhalten weil ich meine Tasche vergessen habe zuzumachen hinten das geht doch nicht da runter so sieht das aus so leute schaut mal im hintergrund die ganzen motorräder an hier ist der karner alle quasi das ist glaube ich seine tour karner sweetlight heißt er auf instagram da könnt ihr mal gerne vorbei wir schnacken jetzt hier noch eine runde und dann fahren wir mal gemeinsam nach harley davids in düsseldorf da ist die open house und werdet ihr eh sehen heute hau rein so so Alles gut, die schneitert schon so. Das passt. Mann! Also Leute, jetzt gehts los. Und wisst ihr, was der Gute ist? Ich muss nicht vorfahren. Das ist sehr gut. Nächstes Woche bin ich wieder der Idiot, der vorne fährt. Aber nicht heute. Hier rechts übrigens neben mir der Mopedschrauber. Da könnt ihr gerne mal reinschauen auf seinen Instagram-Kanal. Da ist Schrauben wirklich Programm. Geil, Leute. Warte, eine Soundkulisse. Da kann ich nicht mitteilen. Meinen ist dagegen noch recht leise. Da muss ich doch was machen. Hehehe. 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 Ah, scheiße. Ich wollte eigentlich nach hinten. Egal. Jetzt wird erstmal ein schönes Foto gemacht. Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Guckt euch da mal rein, Leute. Geil! Leute, da ist doch Musik in den Eiern, oder? Ich flippe aus, ist halt geil. Also ich kann euch jetzt schon sagen, es hat sich schon allein gelohnt, jetzt nur mit den paar Leuten überzufahren jetzt hier. Egal wie gleich bei Harley Davidson in Düsseldorf ist, das kann das hier nicht mehr toppen. Stabile Leute, die meisten kennen sich untereinander über Instagram oder sonst wie. Und man kommt hier mit jedem ins Gespräch. Einfach geil. So muss das sein, Leute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Leute, wir sind jetzt angekommen in Düsseldorf bei Harley-Davidson. Dann schauen wir mal rein, wie das hier so ist. Die Fahrt hierhin war ein bisschen holprig, aber wir sind alle halt angekommen. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 So, Abfahrt. Bis zum nächsten Mal. Das ist Hardy Davids in Düsseldorf. Richtig voll. Und jetzt geht's gemütlich ab. Und er hat noch ein Dartspiel. Und er spielt ja so Dartmeisterschaften. Aber freut mich mit dem zusammen. Und er hat immer irgendwo hinzufahren. Und auch andere Gleichgesinnte zu treffen. Die ihr kennt, die ihr auch aus meinen Rideouts kennt. Das ist immer so eine kleine Truppe, die man von Instagram kennt. Und den einen mag mal mehr. Und das mal freundlich zu formulieren. Und da haben wir noch ein paar Mal. Und da haben wir noch ein paar Mal. fünfer harley davids in düsseldorf super laden ich war da schon einmal vorher der ist echt groß wir haben da echt viel material stehen auch anziehung ab sachen und so weiter und zugehörteile ist echt nicht wenig was die da haben jetzt werden wir hier echt schon wohnwagen wollte ich war doch schon 110 nicht dein ernst aber egal ja der holländer die holländer sind egal was macht er und fährt er so nah an mich an hier